Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12, zum letzten Mal im Jahr 2022. Und in ein paar Tagen starten wir ins neue Jahr. Und Gottes Liebe ist immer noch dieselbe, auch im Jahr 2023. Sei mächtig gesegnet mit seiner ganzen Fülle. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen, wie ich solle schon sagte, das letzte Mal dieses Jahr. Aber es geht auch nächste Woche weiter im neuen Jahr. Heute das Thema, wie groß ist dein innerer Raum? Und lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de im Chat, aber heute nicht am Telefon. Wie groß ist dein innerer Raum? Ich habe eine Aussage gehört, die heißt, wer der Gnade begegnet, gibt dem Schöpfer einen Raum. Ja, geben wir dem Schöpfer einen Raum. Unseren Sorgen, Probleme, da geben wir Raum. Da stehen wir mittel davor. Aber wir stehen eigentlich näher unserem Schöpfer wie den Problemen. Nur die Probleme sieht man vor Augen, den Schöpfer nicht. Alles ist vielleicht bei dir so eng. Wie groß ist dein innerer Raum? Ja, der innere Raum bestimmt, wie dein Umfeld aussieht. Ja, der innere Raum, ja, wir geben Probleme, viel zu viel Raum. Wer der Gnade begegnet, gibt dem Schöpfer einen Raum. Der Gnade begegnen, das heißt, mir kann vergeben werden. Der Gnade begegnen, das heißt, Gott möchte mir nahe sein. Und dieser Gnade Raum zu geben, das ist wirklich was Wunderbares, wo uns alle weiterhilft. Danke, Herr, dass wir deiner Gnade, O Vater in dem Himmel, danke, dass wir deiner Gnade wirklich Raum geben. Dass du mit uns bist, dass wir es begreifen, dass wir in dieser Gnade leben dürfen. Und Herr, danke, Herr, dass Vergebung da ist und dass Freude da ist in deiner Gnade. Amen. Amen. Und auch heute möchten wir für Menschen beten und Gott bitten, dass er sie berührt. Und per E-Mail erreichte uns dieses Gebetsanliegen für eine kranke Mutter. Liebe Geschwister, meine Mama, 87 Jahre, ist nach Diagnose der Ärzte an einem Tumor der Bauchspeicheldrüse erkrankt. Ich bitte euch um Gebetsunterstützung für ihre Heilung und dass Jesus meiner Mama begegnet und sie errettet wird. Von Herzen sage ich Danke. Und Jesus, wir danken dir für diese Mama. Und du kennst sie und du weißt um sie. Und ich danke dir, dass du sie berührst und dass diese Bauchspeicheldrüse wieder in Ordnung kommt. Danke, Jesus, für deine Heilungskraft und dass du wirklich zu ihrem Herzen redest, dass du ihr begegnest und dass sie wirklich erkennen darf, dass es ohne dich nicht geht, dass du ihr Helfer und ihr Heiler bist. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Und eine Frau bittet um Gebet für ihre Blase. Sie schreibt, ich möchte gerne für meine gesenkte Blase beten lassen. Seit der Geburt meines Sohnes ist sie leider gesenkt. Vielen Dank. Und Jesus, du kennst auch diese Frau, die während oder durch die Geburt die Blase so geschädigt ist und sich gesenkt hat. Danke, Jesus, dass du auch da eingreifst und dass diese Blase wieder an den richtigen Platz kommt, so wie du es in deiner göttlichen Schöpfungsordnung vorgesehen hast. Wir danken dir für vollkommene Heilung und für eine Berührung von dir. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, schreib uns dein Anliegen. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, wir beten gerne für dich, auch im neuen Jahr. Und eine Frau bittet für ihren Bruder um Gebet. Er hatte einen Schädelbruch. Ihr Lieben, ich bitte euch um Gebet für meinen Bruder. Er hat einen Schädelbruch und liegt wieder auf der Intensivstation. Es ging ihm erst besser, doch nun läuft Hirnflüssigkeit aus seinem Ohr. Er hat Angst und Panik und ist sehr schwach. Er glaubt zwar an Gott, doch braucht er Jesus. Danke, ihr Lieben. Ja, genau. Und in diese Panik, glaube ich, können wir uns hineinversetzen. Und danke, Herr, dass du bei all diesem Unmöglichein möglich bist und, Herr, machen kannst. Ich danke dir dafür, dass dein, wirklich, Herr, dass deine Möglichkeiten, deine Heilungskraft hineinkommt, den ganzen Kopf und das ganze Gehirn, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Lass wunderbar, Herr, kein Schaden bleiben und dass alles, Herr, dort, wo was läuft, dass das zum Stillstand kommt und dort, wo was kaputt ist, dass es wirklich wieder ganz wird, heilt. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen für einen Vater, schreibt uns jemand. Ich bitte um ein Gebet für meinen an Brusthatterkrebs und Parkinson erkrankten Vater. Mögen seine Beschwerden gelindert bzw. geheilt werden, damit er noch Zeit in unserer Familie verbringen darf. Danke. Danke, Herr, auch für diesen Vater. Und, Herr, ich danke dir dafür. Du siehst die Bitte, Herr, dass er noch mehr auf dieser Erde sein darf. Und ich danke dir dafür, Herr, auch, dass du diesen Krebs besiegt hast. Ich danke dir dafür, dass du wunderbar, Herr, der Herr bist, auch Herr Parkinson besiegt hast. Herr, was ärztlich, was medizinisch nicht möglich ist, ist bei dir möglich. Und wir glauben, Herr, an Wunder. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir dich bitten dürfen, tu ein Wunder bei diesen Menschen. Amen. Gott erhört Gebet. Und das erfahren wir immer wieder durch die vielen Zeugnisse, die uns geschrieben werden. Und da schreibt jemand, eine betagte Mutter kann ihre Beine wieder bewegen. Danke, dass Sie mit für die Beine meiner 92-jährigen Mutter gebetet haben. Es ist wieder wie vorher. Sie kann die Beine wieder, wenn auch eingeschränkt, bewegen. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und aus der Schweiz kommt dieses wunderbare Zeugnis zur Ehre Gottes. Vor etlichen Wochen war ein Brennen in meiner rechten Brust. Als ich abtastete, war ein scharfer Knoten wie ein Kieselstein zu spüren. Ich befahl ihm, meine Brust und Körper zu verlassen, im Jesu Namen. Meine Brust schwoll an und tat immer noch weh. Ich vertraute einfach Jesus. Als heute Isolde für alle Frauen betete, die Brustprobleme hatten, nahm ich das Gebet auch für mich in Anspruch und das geschwollene Gewebe verschwand. Alle Ehre und Dank an unseren Herrn Jesus und ein großer Dank für eure wertvollen Gebete. Wie wunderbar ist das doch, wenn Gott eingreift. Und Gott tut Wunder und er erhört Gebet. Aus Frankreich kommt dieses Zeugnis. Vor vier Wochen bat ich euch um Gebet für das einjährige Baby einer Freundin. Die Kleine hatte eine flache Batterie verschluckt. Diese hatte eine Infektion in ihrem Blut bewirkt und die Speiseröhre verletzt. Sie wurde künstlich ernährt. Die Ärzte hatten nur wenig Hoffnung und baten die Eltern, sich von der Kleinen zu verabschieden. Was für eine wunderbare Wendung, wenn Gott eingreift. Und aus Bayern berichtet diese Frau. Es war ein Gebetsanliegen für ihren Mann und sie schreibt, ich hatte im Gebet für meinen Mann wegen dritter OP nach Netzhautablösung am linken Auge gebeten. Du, Daniel, hast im Gottesdienst gebetet. Heute war diese OP und mein Mann kann wieder wesentlich besser sehen, ist glücklich und Gott so dankbar. Nur ein Wunder kann ihn retten, haben die Ärzte gesagt. Wir haben einen großen Gott. Ja, und das stimmt. Wir haben einen großen Gott. Ist das nicht wieder wunderbar, was Gott getan hat? So vielseitig, so vielfältig. Gott ist wunderbar. Hast du was erlebt? Lass es uns gerne wissen. Ja, schaffe Raum. Raum für Gnade. Das Jahr geht in wenigen Stunden, Tage zu Ende. Ich sage dir, nimm dir vor, Silvester ist immer so ein Punkt, wo man sich was vornimmt. Aber, das ist eine ganz gute Sache, nimm dir vor, mehr Raum für Gnade in deinem Leben zu machen. Dass wirklich, wirklich du in der Erlösung lebst, in der Befreiung lebst, in dem, was Gott für dich hat. Seine Liebe, das ist auch Gnade. Schaffe Raum, dass es drin ist und dass du es erlebst. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, darfst du es uns gerne zusenden. Die Infos sind wie immer eingeblendet, aber heute nicht am Telefon. Ja, am Sonntag sind wir natürlich im Livestream, aber auch gerne hier in der Johannes-Kabelle. Wir werden Neujahrslose ziehen. Jeder darf eins ziehen, der kommt. Und wir werden natürlich auch einen Gottesdienst haben und dann dahinter danach ein gemütliches Zusammensein. Du bist recht herzlich eingeladen, Sonntag um 10 Uhr. Und wir wünschen dir einen wunderbaren Start ins neue Jahr mit Gottes Segen und seiner Nähe. Bis bald. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf seinen translations im Livestream. Danke. Vielen Dank.